hi was geht und willkommen zu meinem allerersten richtigen youtube video auf meinem kanal und heute gibt es ein bisschen warzone und wenn ihr mehr wollt liken und abonnieren nicht vergessen und wenn ihr ein paar tipps für die tieren und weiteres habt bitte in die komisch schreiben und bis gleich das kittler aufgeweide blühen kleines blümenlein und es heißt ich habe den ersten haben mal im dinger in einem wiki machen gespielt aber das kittler vergaß ich hab ihn gepuncht ich hab eine hauer team hat auch hier aufgelöst schon also nicht direkt hier oben Damon hehehe ich hier hey komm hoch hoch du hast mich glaub ich gecheckt hier unten ist jemand ich glaub hier jetzt sehe ich dir dass hier niemand hochkommt ja ja ich hab auch auf geht es warte ich war es ein bisschen besser mein gott digga das übel schwul wer wer verpiss dich hey oh ich bin fast runtergefallen hehehe da unten ist niemand am schimmeln auh verteidemente bin christ gate wir müssen ganz langsam holen intuitive er hat schon gekauft richtiger tschau das seite schliegen ja mach ich lieber guck mal wie weit ich fliege ja ich habe zu spät seit ich mich ist ja auch scheiß drauf ja guck mal ich bin gehen geflogen einfach auf der weite ein blüge dieser trick wurde noch immer nicht genau das ist ja ich habe munitionskiste das ist hier ich hoffe mir am panzer plassen was ein ehrenmensch erwartet auf uns die mich so und das heißt aber keine ahnung was ist schlimm wenn die rüstung nachladen wollen die fucking ninja alter weil die können sich schnell bewegen für mich keine logik ist so zu sagen dass die sagen wie so und das hat die OV mit wenn du deine Bühne bis zu der Hörer hat noch nicht mehr kann man sich bewegen aber man kann die OV nur an ich probiere zu schnappen Junge ich probiere zu schnappen du schießt nee das war's ja nicht, das war's ja nicht, weil du halt immer der Snipe-Tipp bist deswegen hab ich sofort auf den Punkt oh danke der weite blüht ein blümelein wollen wir hochgehen oder wollen wir unten bleiben noch ich push, kommst du mit? ja klar komm ich mit ich hab hier da irgendwo panzer plassen gedroppt für dich fünf Stück ja ich hab's gesehen, ich hab fünf, ich hab fünf, ich bin voll halte ich hab hier im fucking arm of the kill gefunden ich hab ein, ich hab ein, ich hab ein T-Break, get down down ich hab noch ein T-Break, get down warte ich guck, ich nehme meine Fresse get down, nice digga wir rasieren grad da sind noch welche, da sind noch 5 Faktions welche 3 Meter vor, 3 Wartung vor mir, vor mir, vor mir, get hit, get hit ja ich bin noch vor hoppy stopp stopp kap assumes get down halt gesund weg auf kor gebe hier uns Was ist das ein bisschen der Luftgeleiser? Das ist die Wunschkauce. Ich hole dich und du vor uns landest doch jemand. Das ist die Wunschkauce. Wo ist er, wo ist er? Die Brinnen irgendwo und du bist in Wunschkauce. Ich bin hier in Wunschkauce. Ich komme, ich komme. Ich schlage. Ich auch. Das ist der Storz und der Krimiher. Das ist konstant. Ich komme, ich komme. Wie kann ich mich machen? Wie kann ich mich machen? Ich möchte jetzt nicht ganz alleine stehen. Wollt ich noch ein Schatz? Oh, und sonst geht's hin? Nein. Geh ich gerne hin? Es wird so gut, Digga. Ja, Mann. Ich habe heute den letzten Bullen besucht. Aber warum war es wieder zu geil? Wohin? 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 Keine Ahnung. Wo landet einer? 30 Meter vorn. Vorn, vorn. 30 Meter. Ah, ich komme rein? Ich habe ihn gesehen. Ich komme rein, es ist keine Säule. Ja, 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 ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn fast gedown, gedown. Das finde ich. Deine Team-Match ist hinter uns, hinter uns in der Luft. Echt? Ja, ja, in der Luft. Da. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Oh, oh, Ternon! Oh, oh, Ternon! Oh, 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 oh! Ich hab den Ternon ihres Lebens gegeben. Oh, 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 oh! Tricks, 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 Tricks! Oh, oh! Mein Gott, der Ternon seines Lebens das jetzt. Oh, 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 oh! Hab ihn nochmal gedownet? Hab sein Team mit auch wieder gedownet? Hier bin ich. Ich hab ihn nicht. Ich hab ihn getrackt, ich hab ihn getrackt. Tricks, 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 Tricks! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Ich hab ihn noch! Hab deinen T-Mate gefinished, ganz kurz. Er ist abgeworfen. Ah, oh, oh! Ich hab ihn noch von Prison! Ja, ich hab ihn gesehen. Holy shit, dude! Holy shit, dude! Ich hab die Wipe. Ich hab Skirt. Ich hab Skirt. Ja, 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 ja. Mein Gott, hab ich die für gewaltigt. Gibt mir niemals eine Ramm in meiner Hand, Digger. Gibt mir niemals eine Ramm. Und? Von wo? Von wo? Klapp, klapp, klapp. Klapp, klapp. Klapp, klapp, klapp. Klapp, schenk. Klapp, knapp, knapp. Klapp, knapp, knapp, knapp. Ich bin fast tot, komm hoch, komm hoch. Nee. Ich bin fast da und wegen den Tippen. Ich auch nicht. Komm, hier hoch. Wir können uns hier hochziehen. Der ist am Kernsen, holst du einen T-Mail gleich hoch. Schuck dir ganz gut. Schlag 90 Meter an unseren links an unseren linken Sperm. Weißt du? Affin, Affin. Komm, dein Team ist hier im Weltlang. Nice. Nice. Nice, nice, nice. Schuck Drohnen. Ja, ich hab seinen Te-Mate Marking nirgendswo gesehen. Ich toff Drohnen. Ich toff Drohnen. Ich toff und sammte UAV. Ich toff UAV. Ich toff UAV. Ich toff UAV. Ja, ja. Ich hab dir noch Geld, dann kommt ihr noch mehr. Dann können wir Ultra Super UAV machen. Ja, ja. Wir brauchen noch zwei. Aktiviert. Ja, ja. Wir brauchen noch zwei. Aktiviert. Noch eins. Ich toff. Ja, ja. Aktiviert und jetzt aktiviere ich auch noch. Recon ist immer. Ja, jetzt sehen wir alle. Das ist ein Trigger Team. Nice. Easy win, Digga. Ja. Ja. Wir haben es geschafft. Ersten Sieg, Alter. Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob die jetzt Angst vor uns eher haben sollten. Darf ich den jetzt den Headshot drücken? Oh, ich hab... Nein, du hast mich nicht weggegangen. Ich brauch einen Headshot. Ich brauch einen Headshot. Ich brauch einen Headshot. Oh, ich hab... Nein, du hast mich nicht weggegangen. Ich brauch einen Headshot. Ah, das hier. Das hier. Das auf der anderen Seite. Das hier. Das hier. Das hier. Ja, 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 ja. Hab ihn. Ja, ja, ich hab's. Easy win. Ich hab 3.000 Schaden. Nice. Ach, schön. Ey, einmal 10 Gold. Ich krieg 6 Gold. Ich krieg 6 Gold. Ja, 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 ja.